Ich hoffe meine Freunde, Amen. Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Part auf meinem Kanal. Genau, ähm, ich bin wieder zurück. Ich leb noch. Ja. Genau, ähm, ich hab mich heute auf die Kamera reingehockt. Im Hintergrund ist übrigens kein Queenscreen, das ist ein Apoets Gardinen. Wir spielen heute als Feier des Tages, dass ich wieder da bin. Ich weiß zwar nicht, ob das ein Feiergrund ist, dass ich wieder da bin. Genau, wir zocken, ähm, ein weiteres Part von Ein Schlimmeltpapper, ne? Ja, das ist sehr schön. Äh, ich weiß nicht, wer sich Horrorgamer ist, beziehungsweise ich weiß es in Hitler auch nicht mehr. Ich hab's halt nur auf meinem PC rumgammeln. Ich war letztens auf einer Party. Bei der ich mir gedacht hab, was jetzt wieder ist, der komische Rückenstreichler oder der Frankfurter Flughafen. Aber dennoch, starten wir rein ins Video. Na? So, jetzt na hallo. Abonniert diesen Kanal, wenn nicht, dann nicht. Amen. Also, wenn ich nicht in den Luftgang hielt, dann... Jo, mein lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Horrorgame. Wer hätte es gedacht? Ich bin der Dark Knightmare. Die Ische da vorne, ähm, sieht schon sehr einladend aus. Jetzt bin ich gespannt hier. Oh nein. Nein, ich kann nicht mal... Warte, was? Wie kann ich sprinten? Ah, okay. Da hast du ne Bauchbuch, ja. Stimmt. Da hast du recht. So, was ist es hier? Universe Studios geklaut. Was ist ein Ring? Oh nein. 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 Mhm. Die lässt sich aber Zeit. Machst du noch schneller sprinten? Ich weiß nicht, wie weit die Ische von mir weg ist. Die lässt sich zwar Zeit, aber ich lass mir auch Zeit. Ich bin ein Schalkkettenraucher. Was haben Sie da unten in Ihrem Stutzen drin? Sie halten. Bitte? Sie halten. Jetzt erst mal eine durchziehen? Na ja. Nein, dann ist ja die Ische. Da ist es gut, da geh ich jetzt erst mal hin. Schau mal. Teleportiert sie sich etwa? Ich weiß nicht, wie weit die Wehe wird schneller. Was ist das hier? Keine Ahnung. Safety wird schneller. Dann bin ich nämlich am Arsch. Weil ich muss nämlich die Scheiße später ausbaden. Das ist immer so das Beste, ne? Wenn man so ein Powergame zockt und man sich erschreckt hat. Und dann schneit man das Video und dann erschreckt man sich nochmal. Aha, Hallöchen. Kann ich da rein? Das wäre natürlich sick. Ah, du dumme F***er, verpiss dich doch. Nein. Entschuldigen Sie bitte für diese Kraftausdrücke, die ich hier gerade verwendet habe. Ich sehe sie nur nicht mehr. Junge. Oh nein, ich kann da rein. Ja, wo soll ich denn wissen, was für Objektivs das sind? Was ist denn? Was ist denn? Du kommst hier sowieso nicht rein. Hoffentlich. Ist sie wie Wumi? Ich sehe gerade, dass das Game ein bisschen laggt. Das finde ich nicht gut. Okay, geil. Ah, schon mal, da springt sie. Ah, nein, du kommst jetzt nicht rein. Ah, nein. Ah, nein. Verpiss dich, Digga. Da chillt sie. Hallo. Guten Abend. Ich bin so dumm, ey. Du bist so dumm, ey. Du bist so dumm, ey. Dave, jetzt kommt ihr hier angespruntet wie so ein Geistchenbüter. Hallo. Hallo. Darf ich an ihnen vorbei? Die chillt er immer noch. Haha. Ich habe sie ausgetrickst. Aber hier ist auch noch irgendwas. Wer auch immer sein Bett draußen in die Stelle da war. Was? Nur noch zwei Leute. Nur noch zwei. Wir haben kein einziges Mal gestorben, ja? Wir haben kein einziges Mal gestorben. Sehr gut. Ich glaube, die glitscht jetzt da einfach fest so. Doch nicht. Sie ist noch hier. Ganz heiß, dass sie immer hässlicher wird. Vom Lachen her zumindest. Also bestimmt hat sie gerade kurzfristig ihre Schmücke weggeschmiert. Eins noch. Leute. Dann haben wir es geschafft. Ohne einmal. Zu sterben. Das Auto. Dort waren wir bereits. Trotzdem mal. Oh mein Gott, ist die schnell. Heilige Scheiße. Wo geht die Wiss? Die Wiss anscheinend. Wehe, du Jumpscares mir jetzt in den Rücken rein. Und wie zur Hölle soll ich da... Ich... Nein. Halt zum Maul. Okay, und jetzt? Geht zurück ins Auto, okay? Jetzt ist es wahrscheinlich so im Turbo. Jetzt hat sie gerade eine Nitroglycerin-Spritzung eingeflößt. Jetzt fliegt sie wahrscheinlich, ja? Oder so ähnlich. Sonst sowas geht bei euch heute. Habt ihr heute so gemacht. Ich bin heute schon sehr produktiv gewesen. Ich bin doch im Wald. Ich renne hier gerade im Wald, ne? Und welche Dinge sammeln, wo sich jeder normal, geist, gesunde Menschenverstand fragen würde, warum? Und vor allem bei den Spreisen, ja? Ja, der mit seinem Auto in irgendeinem Waldstück und irgendwelche Sachen einsteht. Jumpscare in 3... 2... 1... Let's go! Ich habe den Albtraum überlebt. Für jetzt. 2... 2... 3... 2... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9... 10... 10... 10... 10... 11... 11... Ja, ich kann sogar rückwärts sprinten. Was sagst du jetzt, ja? Ich will, dass sie über ein Baum klitscht. Okay. Leute? Okay. Das war tatsächlich nicht mal schlechter Jumps hier. Der war tatsächlich echt gut. Aber das geht immer ein bisschen einfach. Ich beende dann den Screen hier mit an dieser Stelle und auch dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist der halbe Pfarrer Games. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Das Video. Ich brauche genau die Hälfte. Ja, man. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.